Nachdenkseiten Die kritische Website 22 Jahre Wilder Westen in Gitmo Die USA und ihre Menschenrechtspraxis in Guantanamo auf Kuba Von Edgar Göll Vor genau 22 Jahren, am 11. Januar 2002, verschleppten US-Militärs die ersten der von ihnen des Terrors verdächtigten Menschen, vor allem aus Afghanistan nach Kuba, in ihren Marinestützpunkt Guantanamo. Nach einem Jahr Erfahrung konstatierte Irwin Chamorinsky, Rechtsprofessor an der Staatsuniversität von Kalifornien, Diese inhaftierten Individuen sind aus ihrem Land ausgeflogen worden, ihnen wurden die Augen verbunden, sie wurden unter Drogen gesetzt, geknebelt und in Käfige gesteckt. Es muss sich jetzt jemand um ihre Rechte kümmern. Diese Art des Kümmerns aber geschah nicht durch die US-Regierung und ihre Behörden, denn sie nahmen sich ihre Freiheit und interpretierten den Marinestützpunkt als Territorium, in welchem US-Recht nicht gelten würde und in dem sie und ihr Personal nach eigenem Belieben mit den Gefangenen ihre Ängste, Rache, Wut, Langeweile sowie ihren Puritanismus und Satismus ausagieren könnten. Juristische und historische Aspekte und Hintergründe Initiativen, Juristen und Betroffene, das internationale Rote Kreuz, Amnesty International und Human Rights Watch sowie manch Verbündete in Europa zeigten sich alarmiert über die Vorgänge im Gefangenenlager Guantanamo und kümmerten sich. Die USA, so hieß es vereinzelt, habe wieder einmal einen imperialen Alleingang eingelegt und Washington tue einfach so, als ob die Bestimmungen der Genfer Konvention und andere Rechtsprinzipien unverbindliche Empfehlungen eines überholten Vertragswerks seien. Und tatsächlich äußerte sich unter anderem die Pentagon-Sprecherin Victoria Clark in diese Richtung. Wir haben eine neue Art von Krieg. Wir sollten die Genfer Konvention vielleicht mit anderen Augen sehen. Und Ari Fleischer, Pressesprecher des Weißen Hauses, meinte, die Genfer Konvention müsse nun in einem modernen, zeitgemäßen Licht gesehen werden. Demgegenüber gab es eigentlich zahlreiche rechtliche Fragen zu klären, wie beispielsweise, ob die Gefangenen im Auftrag einer Regierung oder einer Terrororganisation gehandelt haben und welchen Status sie hätten. Zweitens war umstritten, ob es zulässig ist, sie überhaupt aus Afghanistan auszufliegen bzw. zu entführen. Und drittens wäre die Frage zu stellen gewesen, ob die von Präsident Bush angeordneten, kontroversen extraterritorialen Militärgerichte juristisch wirklich zulässig sind. Ramsey Clark, ehemaliger und angesehener US-Justizminister unter Präsident Johnson in den 1960er Jahren, warf der Bush-Regierung umgehend nicht nur Verletzung der US-Verfassung, sondern auch offenen Vertragsbruch gegenüber Kuba vor. Denn die kubanische Regierung hätte ein Straflager auf dem kubanischen Boden von Guantanamo durch die USA niemals genehmigt. Und zwar war die strategisch wichtige Hafenregion namens Guantanamo im Südosten der Hauptinsel von Kuba von den USA seit 1903 offiziell besetzt und durch einen aufgezwungenen Zusatz der kubanischen Verfassung, Platt Amendment, abgesegnet worden. In Artikel 2 eines einseitigen Abkommens wurde wortwörtlich das Recht festgelegt, alles Notwendige zu tun, um an diesem Ort die Bedingungen für deren ausschließliche Nutzung als Kohleverlade- und Marineeinrichtungen und für keinen anderen Zweck zu schaffen. Diese klare Regel wurde von den USA immer wieder rücksichtslos verletzt. Nach dem Sieg der kubanischen Revolution 1959 wurde dieser US-Militärstützpunkt zum Anlass für zahlreiche gefährliche Reibereien zwischen Kuba und den USA. Die überwiegende Mehrheit der mehr als 3000 kubanischen Staatsbürger, die dort gearbeitet hatten, wurden von den USA entlassen und durch Personal aus anderen Ländern ersetzt. Und häufig wurden von dem Stützpunkt Schüsse auf kubanisches Staatsgebiet abgefeuert und mehrere kubanische Soldaten wurden dadurch getötet und verwundet. Und im vergangenen Jahr lief ein Atom-U-Boot der US-Navy in den Hafen ein. Eine Provokation. Konterrevolutionäre Elemente fanden dort Unterstützung und Zuflucht. Im Laufe der Jahre wurden auf einseitige und rücksichtslose Entscheidungen der US-Regierungen hin Zehntausende von Migranten, Haitaner und kubanische Staatsbürger, die versuchten, auf eigene Faust in die USA zu gelangen, in diesem Militärstützpunkt konzentriert. Über mehr als vier Jahrzehnte hinweg wurde der Stützpunkt für vielfältige Zwecke verwendet, von denen keiner in der Vereinbarung enthalten war, mit der die US-Präsenz in dem kubanischen Hafengebiet hätte gerechtfertigt werden können. Andererseits kam es über nahezu ein halbes Jahrhundert hinweg niemals zu realen Möglichkeiten und angemessenen Bedingungen für eine ernsthafte rechtliche und diplomatische Bestandsaufnahme und Analyse mit dem Ziel, zwischen beiden Staaten eine logische, faire und gerechte Lösung für diese lang andauernde, chronisch und anormale Situation zu finden, mit dem Ziel, die Eingliederung dieses Teils des Landes in das Staatsgebiet von Kuba zu realisieren. Vermutlich kann und mag sich niemand im Washingtoner Regierungsviertel vorstellen, wie es denn sein würde und sich anfühlen könnte, die Volksrepublik China hätte in der Bucht von San Francisco einen Militärstützpunkt ausgebaut und würde dort ein Gefangenen- und Folterlager betreiben. Die Verhältnisse im Lager Was geschah nun mit den insgesamt 774 Gefangenen, die im Laufe der vielen Jahre in hitzigen Käfigen, ohne Rechtsschutz und Anklage und anderen normalen Gefängnisumständen auszuharren gezwungen waren? Das Gefangenen- und Folterlager innerhalb des Marinestützpunktes wird als Camp Delta bezeichnet und von den Militärs kurz Gitmo genannt. Es war ja auch aus dem Grunde ausgewählt worden, dass es weit von Washington D.C. entfernt ist, schwer erreichbar ist und der Zugang sehr streng und restriktiv von Militärbehörden bestimmt werden kann. Hierbei ist daran zu erinnern, dass die USA offenbar eine ganze Reihe von geheimen Gefängnissen in anderen Staaten betreiben, sogenannte Black Sites. So warf Amnesty International den USA bereits 2002 vor, neben bekannten, aber rechtlich bedenklichen Einrichtungen wie dem Gefangenenlager Guantanamo, ein weltweites Netz von geheimen Gefängnissen und Lagern zu betreiben, in denen Personen zum Teil rechtswidrig festgehalten und gefoltert werden, beispielsweise in Kosovo, Polen, Rumänien und Pakistan. Immer wieder wurde der Zugang für Ärzte, Juristen, UN-Gesandte, Abgeordnete, Journalisten in das Lager in Guantanamo behindert und verboten. Nur stückchenweise kamen die inhumanen, entwürdigenden und entsetzlichen Zustände in die Öffentlichkeit. Vor allem freigelassene Häftlinge waren manchmal willens und in der Lage, sich zu äußern. So interviewte der angesehene Autor und Moderator Roger Wilhelmsen mehrere Ex-Häftlinge und veröffentlichte deren Schilderungen in seinem Buch »Hier spricht Guantanamo 2006«. Darin resümiert er Die Stimmen aus Guantanamo beschreiben eine Situation, in der sich eine Demokratie gegen die eigenen Voraussetzungen stellt. Dieser Vorgang schafft Präzedenzfälle. Er betrifft alle, denn er bedroht alle. Und da inhumanen Verhältnissen gegenüber Toleranz selbst inhuman ist, erlaubt das Lager von Guantanamo nur eine radikale Reaktion. Es muss öffentlich gemacht werden und es muss geschlossen werden. Das Lager von Guantanamo ist nicht nur eine Institution außerhalb des Völkerrechts, ein Camp der juristischen Willkür und der Übertretung humanitärer Übereinkünfte, es ist zugleich der erste politische Mythos des beginnenden Jahrhunderts. Der Ort, der den Begriff der Vogelfreiheit vom Mittelalter auf die Gegenwart überträgt und ihn zeitgemäß interpretiert. Zitat Ende Die Situation der Gefangenen und vor allem der Gefolterten war derart unerträglich und hoffnungslos, dass es immer wieder zu Selbstmord versuchen kann, zu Hungerstreiks und dann zu Zwangsernährung, zu psychischen und physischen Zusammenbrüchen mit Langzeitschädigungen der Betroffenen. Im Laufe der Zeit wurde immer wieder die Schließung des Lagers gefordert, die Freilassung der ohne Anklage festgehaltenen Menschen, eine transparente und rechtlich vorgeschriebene Verfahrensweise etc. Für eine gewisse Transparenz und Information der Öffentlichkeit über die systematischen Menschenrechtsverletzungen und Foltermethoden sorgten, zusätzlich zu den Berichten einiger Haftentlassener, eine ganze Reihe von geheimen US-Dokumenten, die im Jahr 2011 von der Online-Ertölungsplattform Wikileaks veröffentlicht wurden und als Gitmo-Akten bekannt sind. Auf Basis weiterer Recherchen forderte dann beispielsweise am 5. April 2013 die damalige UN-Menschenrechtskommissarin Navi Pelley, die USA auf, das Gefangenenlager in Guantanamo Bay zu schließen. Pelley sah es als klaren Verstoß gegen internationales Recht an, dass die USA bis dato keine Schritte unternommen hätten, ihrer Absichtserklärung nachzukommen und das Gefangenenlager aufzulösen. Sie sei deswegen von der US-Regierung sehr enttäuscht, so Pelley, und die dortigen Hungerstreiks seien eine verzweifelte Aktion der Häftlinge. Die gesundheitliche Verfassung einiger Streikender sei derart bedrohlich, dass sich sowohl das Internationale Rote Kreuz als auch die UNO für eine sofortige Lösung der Situation einsetzten. Drei Jahre später hatte dann die New York Times auf Basis umfangreicher und, wie sie betonte, schwieriger Recherchen eine umfangreiche Reportage veröffentlicht, in der sie die psychische Situation der in Gitmo internierten Menschen sowie die für sie eingesetzten Psychologen und Psychiater schilderte. Dutzende von Männern, die qualvollen Sonderbehandlungen in geheimen CIA-Gefängnissen im Ausland oder dann auch im Guantanamo unterzogen worden waren, seien demnach mit psychologischen Problemen belastet, die meist schon Jahre andauerten. Damit wurden die offiziellen Zusicherungen der US-Staatsanwälte widerlegt, dass die Verhörpraktiken keine Folter darstellen und keine dauerhaften Schaden verursachen würden. Mehrere juristische Ermittler der Regierung meinten jedoch, manche der eingesperrten muslimischen Männer hätten nie festgehalten werden sollen. Aber der damals zum US-Präsidenten gewählte Donald Trump hatte während des Wahlkampfes erklärt, dass er die von seinem Vorgänger Obama verbotenen Vernehmungspraktiken einschließlich Waterboarding und andere, die viel schlimmer seien, erlauben würde. Gemäß der New York Times-Reportage, die auf Dutzenden von Interviews mit militärischem und medizinischem Personal basierte, das in Guantanamo gedient oder beraten hatte, wurde die dortige psychiatrische Versorgung detailliert dargestellt. Demnach entstand in Guantanamo eine vorsätzliche Blindheit für die schlimmen Konsequenzen der andauernden Misshandlungen. Die zur Diagnose, Dokumentation und Behandlung der Auswirkungen tätigen Psychiater, Psychologen und psychische Gesundheit-Teams wussten oft nicht, was den Patienten passiert war und sie durften auch nicht danach fragen. Die Fachkräfte erhielten meist nur wenig Schulung für diese besondere Aufgabe im Umgang mit Männern, die die Schlimmsten der Schlimmsten seien. Viele von ihnen hatten keine Erfahrung in einer Haftanstalt oder Vertrautheit mit den Sprachen, Kulturen oder religiösen Überzeugungen der Gefangenen. Die Arbeitsbedingungen waren äußerst schwierig, weil die Einsätze nur wenige Monate dauerten und damit psychologische Hilfe kaum möglich war, weil es dazu einer Bindung zu den Patienten bedurft hatte. Häufig mussten sie über Zäune oder Schlitze in Zelltüren sprechen, meist Dolmetscher hinzuziehen, die auch bei Verhören und Misshandlungen gearbeitet hatten. In der Reportage hieß es, das US-Militär verteidigt die Qualität der psychiatrischen Versorgung in Guantanamo als human und angemessen. Häftlinge, Menschenrechtsgruppen und Ärzteberatung für Verteidigungsteams bieten kritischere Beurteilungen an und beschreiben sie in vielen Fällen als fahrlässig oder ineffektiv. Die New York Times zitierte im Einsatz gewesene Psychologen über die Verhör- und Foltermethoden. Dazu gehörten eskalierende Drucktaktiken einschließlich erweiterter Isolation, 20-Stunden-Verhöre, schmerzhafte Stresspositionen, Schreien, Kapuzen und Manipulation von Ernährung, Umwelt und Schlaf. Manche der militärischen Verhörenden waren junge Soldaten mit wenig Erfahrung, sogar im Interviewen von Menschen. Einige setzten Gefangene lauter Musik, Stroboskop, Licht, kalten Temperaturen, verlängertem Schlafentzug, Isolation und schmerzhaften Fesseln aus. Einer der Ärzte, Dr. Kowalski, meinte einmal zu seiner Vorgesetzten in Guantanamo, wir sind hier, um Menschen zu helfen. Sie habe entgegnet, wir sind hier, um unser Land zu schützen. Auf wessen Seite bist du? Erschwerend kam hinzu, dass die Arbeitssituation der Psychologen durch die Gefangenen, also ihre Patienten, selbst erschwert worden sei, denn diese hatten oftmals kein Vertrauen zu ihnen gehabt, so dass sie häufig regelrecht gehasst und als Teil der Militärmaschine und des Verhörsystems angesehen worden seien. Tatsächlich äußerten manche Psychologen Bedenken wegen der verschwommenen Grenze zwischen medizinischer Versorgung und Verhören. Auch das internationale Komitee vom Roten Kreuz dokumentierte solche Beschwerden. Nach Recherchen der New York Times wurden tatsächlich medizinische Akten mit den vertraulichen Anmerkungen regelmäßig benutzt, um Strategien für die Verhöre zu entwickeln, die das IKRK als gleichbedeutend mit Folter und eine egnatante Verletzung der medizinischen Ethik bezeichnete. Das Pentagon hingegen habe diese Vorwürfe rundweg bestritten. Obwohl die Psychologen vor Ort, sowohl die American Medical Association und internationale medizinische Organisationen es verbieten, seien die Gefangenen einer entwürdigenden, oft schmerzhaften Zwangsernährung unterzogen worden. Auch das Thema Selbstmord war wichtig und es war am psychologischen Personal zu entscheiden, wie ernst Anzeichen oder solche Aussagen zu nehmen sind und wie man darauf reagieren sollte. Sind sie wirklich selbstmörderisch oder manipulieren sie das System? Mehr als 600 Selbstmordgesten wurden in Guantanamo allein bis zum Jahr 2009 verzeichnet, wobei mehr als 40 nach einem medizinischen Artikel als Selbstmordversuche kategorisiert wurden. Bezogen auf drei dieser Fälle meinte der damalige Kommandierende des US-Lagers von Guantanamo, das seien Akte des Krieges gegen Amerika gewesen. Zum Status des besetzten Hafengebiets in Guantanamo Der Hamburger Völker- und Menschenrechtsprofessor Norman Pech befasste sich eingehend mit der Thematik Gitmo und Guantanamo und die folgenden Ausführungen beziehen sich auf seine Einschätzungen. In seinem Text über einen umfangreichen US-Senatsbericht von 2014 über die CIA-Folter formuliert er, Dieser offizielle Bericht aus Washington beschreibt nun detailliert die Ungeheuerlichkeiten dieser Höllenorte, inklusive Gitmo. Dabei verweist Pech aber auch darauf, dass der damalige US-Präsident Obama angetreten war, mit diesen Verbrechen Schluss zu machen und vor allem Guantanamo zu schließen. Allerdings könne er sich unter anderem gegen die Mehrheiten im US-Kongress nicht durchsetzen. Mittlerweile seien viele der Häftlinge vom Terrorverdacht entlastet. Sie würden jedoch nur deswegen noch festgehalten, weil die USA selbst sich nicht ihrer Opfer annehmen will und sich kein Aufnahmeland für sie findet. Professor Pech erläutert weiter, dass das von den USA seit 1898 bzw. 1903 besetzte kubanische Hafengebiet von Guantanamo und das nun dort eingerichtete Gefangenen- und Folterlager auch völkerrechtlich einen besonderen Fall darstellen. Das durch Druck der USA in die kubanische Verfassung von 1903 aufgenommene Platt Amendment sei im Jahr 1934 durch die USA einem neuen Vertrag mit der damaligen kubanischen Regierung gestrichen worden, doch sei an dem Status der Guantanamo-Bucht nichts geändert worden. Und in Artikel 2 dieses aktualisierten Pachtvertrages wurden die amerikanischen Ansprüche auf den Stützpunkt auf unbefristete Zeit festgesetzt, bis die beiden Vertragsparteien eine Änderung des Übereinkommens vereinbaren. Das sei, so Pech, ein typischer kolonialer Löwenvertrag. Und der ursprüngliche Zweck der Pacht, das Hafengebiet ausschließlich als Verladestation für Kohle- und Marinebasis durch die US-Marine zu nutzen, blieb bestehen. Aber seit der kubanischen Revolution von 1958 stehen die neuen kubanischen Regierungen auf dem Standpunkt, dass die Pachtverträge von 1903 und 1934 nichtig sind und Guantanamo illegal gegen den Willen des kubanischen Volkes besetzt gehalten wird. Und seit 1960 verzichtet die Regierung Kubas darauf, die Überweisung des jährlichen Pachtzinses von 4.085 US-Dollar anzunehmen. Die USA dagegen halten an dem Anspruch auf ein unbefristetes Pachtverhältnis mit den für sie garantierten Rechten fest. Die kubanische Regierung begründet ihren Standpunkt hingegen zum einen damit, dass es sich um ungleiche Verträge handele, die Kuba seinerzeit mit militärischem Druck aufgenötigt worden seien und der USA einseitig Vorteile verschaffen, denen auf der kubanischen Seite keine adäquate Gegenleistung entspreche. Zum anderen seien die USA mit der Einrichtung kommerzieller Anlagen und eines Gefängnisses weit über die vereinbarte Nutzung hinausgegangen und das sei vertragswidrig. Der Völkerrechter Pech führt dazu weiter aus, dass Da die ursprüngliche Nutzung des Stützpunktes in relativer Nähe US-amerikanischer Häfen durch die technische Entwicklung entfallen ist, kann sich Kuba auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen. Doch nicht nur das. Die aktuelle Nutzung von Guantanamo Bay vor allem als Haftanstalt für angebliche Terroristen stellt eine erhebliche Verletzung des ursprünglichen Vertrages dar. Sie ermöglicht eine Beendigung des Vertrages nach Artikel 60 WRV als Reaktion. Die allgemein geforderte restriktive Auslegung von Artikel 60 WRV erlaubt eine Beendigung des Vertrages nur bei einer erheblichen Verletzung. Doch was könnte eine erhebliche Verletzung des Pachtvertrages begründen, wenn nicht diese krass menschenrechtswidrigen Umstände und Bedingungen des ganzen Gefängniskomplexes? Zitat Ende. Die bisherigen US-Regierungen haben nicht zu erkennen gegeben, die vertragswidrige Nutzung der Guantanamo-Bucht aufzugeben, geschweige denn rechtsstaatliche Verhältnisse in den Gefängnissen herzustellen. Daher sei eine Beendigung des Pachtverhältnisses sowie eine Rückgabe der Gebiete in die volle Souveränität Kubas und eine Entschädigung in absehbarer Zeit nichts zu erwarten. Denn all dies müsste vom konservativ und nationalistisch eingestellten US-Kongress beschlossen werden, ebenso wie die Aufhebung der seit über 62 Jahren bestehenden Wirtschafts-, Finanz- und Handelsblockade. Pech schreibt dazu abschließend, Auch wird der Internationale Gerichtshof IGH in Den Haag diese Probleme nicht lösen können, obwohl derartige Streitfragen zwischen den Staaten gerade das Kerngeschäft des Gerichtshofes sind. Aber Kuba wie die USA sind nicht Mitglied des IGH. An dieser Gemengelage und der menschenrechts- und völkerrechtsverletzenden Haltung der US-Administration hat sich bis heute nichts geändert, wie aktuelles Verhalten und Äußerungen zeigen und nun beschrieben werden wird. UN-Sonderberichterstatterin fordert von den USA die Schließung des Guantanamo-Gefangenenlagers. Auch im vergangenen Jahr gab es wieder diverse Vorstöße, die Verbrechen im Gitmo-Gefangenenlager offen zu legen, anzuprangern und zu beenden. Und es gab wieder klare Forderungen zur überfälligen Schließung dieses modernen Gulags, wie es vor einigen Jahren von einem für die USA zuständigen Mitarbeiter von Amnesty International bezeichnet worden war. So erhielten die UN-Sonderberichterstatterin Fiona Nuala Niolen und ihr Team im Juni 2023 die Möglichkeit, das Gefangenenlager Guantanamo zu besichtigen. Die USA hatten zuvor UN-Sonderberichterstattern keine Erlaubnis erteilt, das Lager zu besuchen. Frau Fiona Nuala Niolen hat demnach die US-Behörden aufgefordert, das Gefangenenlager Guantanamo zu schließen und sich für die Folterungen der Insassen zu entschuldigen. Alle Personen, die für diese Misshandlungen verantwortlich waren, müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Im US-Gefängnis von Guantanamo befinden sich noch 30 Menschen. Niolen bezeichnete auch die Behandlung der verbleibenden Gefangenen in Guantanamo durch die US-Behörden als grausam, unmenschlich und entniedrigend. Auftragsgemäß veröffentlichte die UN-Sonderberichterstatterin Niolen ihren Bericht über das Lager anlässlich des Internationalen Tages der Vereinten Nationen zur Solidarität mit den Opfern von Folter. Der UN-Bericht hat den Titel »Technischer Besuch des Sonderberichterstatters für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terrorismus in den Vereinigten Staaten und im Gefangenenlager Guantanamo«. Hier sind ausgewählte Passagen aus der abschließenden Schlussfolgerung des Berichts zitiert. Jede Häftling und ehemalige Häftling, mit dem der SR zusammentraf, betonte, dass sie in der Öffentlichkeit als »die Schlimmsten der Schlimmsten« wahrgenommen werden, obwohl die meisten von ihnen nie angeklagt, geschweige denn, wegen eines einzigen Verbrechens verurteilt worden waren. Diese Männer verlangen zu Recht eine Entschuldigung und haben ein Recht darauf, mit Würde und Respekt behandelt zu werden, damit sie und ihre Familien einen vollständigen Neuanfang machen können. Der SR stimmt zu, dass der Rufschaden, der diesen Männern zugefügt wurde, als Beginn eines sinnvollen Wiedergutmachungsprozesses und als Garantie für eine Nichtwiederholung wiedergutgemacht werden muss. Eine Entschuldigung allein ist jedoch unzureichend. Keiner der ehemaligen Häftlinge wurde von der US-Regierung für die systematischen Verbrechen der außerordentlichen Überstellungen, der Folter, der grausamen, unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung und der willkürlichen Inhaftierung entschädigt. 67. Schließlich kommt die SR zu dem Schluss, dass der Exzeptionalismus, die Diskriminierung, die Versicherheitlichung und der Antiterror-Diskurs, die durch die fortdauernde Existenz von Guantanamo und dessen Rechtfertigung aufrechterhalten werden, weit über die Grenzen von Guantanamo hinausgehen und enorme Auswirkungen auf die Menschenrechte in mehreren Ländern haben. 68. Sie schließt mit der Anmerkung der enormen Bedeutung und des Wertes dieses technischen Besuchs und der Konsequenz, die er für die weltweite Abschaffung von außerordentlichen Überstellungen, Folter, grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung und willkürlicher Inhaftierung mit sich bringt mit der Erkenntnis, dass solche Handlungen in einer auf Rechtsstaatlichkeit basierenden Gesellschaft keinen Platz haben. Zitat Ende Als Reaktion auf den Bericht versuchte die US-Regierung von Präsident Biden umgehend die Ermittlungsergebnisse herunterzuspielern und behauptete, dass sie den Gefangenen im Einklang mit internationalen und nationalen Gesetzen Schutz gewährt. Nachdem Herr Biden im Wahlkampf angekündigt hatte, dass er das umstrittene Gefangenenlager schließen würde, sobald er an der Macht sei, nahm er seine Zusage inzwischen zurück und sagte, dass das Gefängnis schrittweise geschlossen werden solle. Kubas Außenminister Bruno Rodriguez twitterte unterdessen zu dem UN-Bericht, wie viele weitere Beweise sind nötig, damit die USA das Internierungs- und Folterzentrum stießen, dass sie auf dem vom Marine-Stützpunkt Guantanamo illegal besetzten kubanischen Territorium unterhalten. Hier sollen zur Abrundung noch zwei weitere aktuelle Zeugnisse über die bemerkenswerte Ignoranz und Arroganz der US-Administration erwähnt werden. Dies ist zum einen ein Bericht über eine Veranstaltung vom September 2023, die von den unabhängigen irischen Europaabgeordneten Claire Daly und Mike Wallace im Europäischen Parlament organisiert und ausgerichtet wurde. Unter dem Titel Close Guantanamo war eine bewegende dreistündige Veranstaltung mit neun Rednern ermöglicht worden. Drei der Redner waren ehemalige Häftlinge, zwei Rechtsanwälte, ein UN-Berichterstatter, ein Journalist sowie der ehemalige muslimische Geistliche im Gefängnis und der Verwandte eines Opfers der Anschläge vom 11. September 2001. Die letztgenannte Rednerin war Valerie Lutschnikowska, deren Neffe bei den Anschlägen getötet worden war und die Mitglied von September 11's Families for Peaceful Tomorrows ist. Dies ist eine kleine Gruppe von Familienmitgliedern, der am 11. September getöteten, die für gewaltfreie und begründete Reaktionen auf die Terroranschläge eintreten. Ganz im hochzivilisierten Gegensatz zu Bush's War on Terror, der unermessliche Opfer und Zerstörung mit sich brachte. Die Mitglieder der Gruppe fordern, die Todesstrafe in den Fällen der fünf im Zusammenhang mit den Anschlägen vom 11. September angeklagten Männer abzuschaffen und stattdessen Deals auszuhandeln. Dies sei die einzig praktische Lösung für das grundlegende Problem der Fälle, dass der Einsatz von Folter ein faires Verfahren unmöglich gemacht habe. In den Erörterungen in Brüssel ging es vor allem um die 30 noch immer in Gitmo festgehaltenen Gefangenen, von denen mehrere bereits seit vielen Jahren hätten freigelassen werden müssen, aber durch die US-Administration noch immer ihrer Freiheit behauptet sind. Der britische Investigativjournalist Andy Worthington sagte in seinem Abschlussstatement hierzu, Die Vereinigten Staaten haben in Guantanamo das widerlichste unmoralische Loch gegraben, das sie selbst geschaffen haben, indem sie Männer zur Freilassung freigegeben haben, die nie eines Verbrechens angeklagt wurden und nicht in der Lage waren, sie freizulassen. Und wir sind in diesem mächtigen politischen Block von Ländern in Europa, die etwas dagegen tun können. Wie ich bereits sagte, sind es insgesamt 16 Männer und ich schätze, dass 13 von ihnen neu angesiedelt bzw. verlegt werden müssen. Können wir bitte einen Weg finden, dies zu tun und unseren eigenen kleinen Beitrag in Europa leisten, um dieser absolut ungeheuerlichen und andauernden Gerechtigkeit ein Ende zu setzen? Zitat Ende. Andy Worthington schreibt über seine Erfahrungen zur Haltung der US-Administration, dass deren Abgehobenheit immer wieder deutlich geworden seien, als würden sie auf einem anderen Planeten leben. Bei der Veranstaltung im Europäischen Parlament war auch Tina Cadenau vertreten, eine erfahrene US-Diplomatin, die im August 2022 zur Sonderbeauftragten für Guantanamo-Angelegenheiten ernannt worden war. Dementsprechend ist sie für alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Überstellung von Gefangenen aus der Einrichtung in Guantanamo Bay in Drittländer zuständig. Dennoch wurde die völlige Gleichgültigkeit der US-Regierung selbst gegenüber den Bemühungen deutlich, ihnen dabei zu helfen, ein neues Zuhause für diese geschundenen Männer zu finden, die nicht repatriiert werden können. Es ist dabei fraglich geworden, wie viel Mühe das US-Außenministerium tatsichtlich darauf verwendet hat, speziell die Länder der EU zu ermutigen, sich an dem auch für die USA so wichtigen Problem der Neuansiedlung zu beteiligen. Worthington resümiert dazu. Wir müssen alle hoffen, dass Tina Cadenau und ihr Team an Plänen arbeiten, die schließlich verwirklicht werden. Aber es hilft wirklich nicht, dass die gesamte US-Regierung so weit weg und desinteressiert zu sein scheint. Zitat Ende. Das zweite aktuelle Beispiel bezieht sich auf eine offizielle Sitzung des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen in Genf am 17. und 18. Oktober 2023. Dies erfolgte im Rahmen der fünften regelmäßigen Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtungen der USA aus dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, ICCPR. Das war das erste Mal seit 2013 bis 2014, dass die USA in einer persönlichen Sitzung mit dem Ausschuss überprüft werden. Anwesend waren Vertreter der US-Administration sowie fast 150 außerordentliche Vertreter der Zivilgesellschaft, darunter Vertreter des Center for Victims of Torture und Rechtsbeistand von Guantanamo-Häftlingen. Dabei fand eine Befragung der offiziellen US-Delegation und der US-Beamten statt. Und es gab die Erwartung, dass sie gegebenenfalls eine Zusage machen würden, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um die Politik und die Praktiken der USA im Einklang mit dem ICCPR zu bringen. In einem schriftlichen Bericht von Alcar Prattain und Scott Rome, Center for Victims of Torture, zu dieser UN-Ausschusssitzung heißt es demgegenüber, Es war bedauerlich, mit ansehen zu müssen, wie die US-Delegation einige der gleichen entlarvenden Argumente über die Behandlung der Gefangenen und die Bedingungen in Guantanamo nachplapperte, die wir seit zwei Jahrzehnten hörten und die im Widerspruch zu den verfügbaren Informationen über die düsteren Realitäten stehen. Ebenso bedauerlich war es, dass die Vereinigten Staaten im Wesentlichen alle wesentlichen Fragen zu den Folterungen in den USA nach dem 11. September ignoriert haben. Weit davon entfernt die Gelegenheit zu nutzen, ihr Bekenntnis zu den Menschenrechten und zum Völkerrecht in dieser Frage zu erneuern, schwankten die Vereinigten Staaten stattdessen durch unpassende Bemerkungen und ignorierten die Fragen des Ausschusses einfach ganz, vielleicht in der Hoffnung, dass es keine Folgefragen geben würde. Das ist der Stoff, aus dem der Vorwurf der Heuchelei gemacht wird, vor allem, wenn sowohl die Vereinigten Staaten als auch der Ausschuss in ihren Eröffnungs- und Schlussbemerkungen die Bedeutung eines tiefgreifenden und sinnvollen Engagements im Rahmen des ICCP-A-Überprüfungsprozesses betonen. Zitat Ende. Perspektiven für das Unrecht und den Terror in Guantanamo. Die Monstrosität all dieser von US-Regierungen, Behörden, Beamten, Soldaten und Angestellten durchgeführten Verbrechen, gepaart mit deren Leugnung, Verniedlichung, Relativierung und dem Verschweigen, ist angesichts zahlreicher anderer innen- und außenpolitischer Verbrechen des US-Imperiums nicht überraschend, aber hinsichtlich ihres Ausmaßes, der Folgen und des weiterhin bestehenden geringen Interesses und Nachdrucks für faire Lösungen oder gar Entschädigungen, also zivilisiertem und christlichem Agieren, durchaus erschreckend. Die Kluft zwischen propagierten Prinzipien, die von den USA unentwegt und immer unverschämter von anderen gefordert und deren vermeintliche oder reale Verletzung vehement angeprangert werden und der eigenen brutalen Verletzung eben jener hehren Prinzipien, ist wohl Weltklasse. Seit 1898 bzw. 1903 halten die US-Militärs das Hafengelände Guantanamo im Südosten Kubas besetzt. In den Verhandlungen mit den USA fordert die kubanische Seite von der US-Administration seit Jahrzehnten die Schließung des Gefangenenlagers, die Rückgabe des Hafengeländes an Kuba und eine angemessene Entschädigung. Bisherige Äußerungen der USA deuten jedoch darauf hin, dass sie eine Übergabe des Geländes nicht in Betracht ziehen und darüber auch gar nicht verhandeln wollen. Neben der Beendigung der US-Wirtschafts-, Finanz- und Handelsblockade sowie der Umsturzaktivitäten gegen das sozialistische Nachbarland ist die Rückgabe des so lange schon besetzten Hafengeländes für Kuba eine der zentralen Forderungen, ohne deren Erfüllung eine Normalisierung der Beziehungen nicht möglich sein wird. Wie das imperiale Verhalten der US-Administration immer wieder zeigt, zum Beispiel der Verurteilung wegen der Verminung des Hafens, der nicaraguanischen Hauptstadt Managua, der Bombardierung von Panama City, der Invasion des Staates Grenada und vieles andere mehr dürfte auch für die fast 800 verschleppten, inhaftierten und Folteropfer von Gitmo kaum Wiedergutmachung zu erwarten sein. Vielmehr sollen nun wieder andere auslöffeln, was die USA an Schaden angerichtet haben. Kommt das Muster nicht bekannt vor? Übrigens anzumerken ist noch, auch das ist nicht verwunderlich, dass die westlichen Massenmedien und Demokraten sich nur sehr selten um diesen Zivilisationsbruch kümmern. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.